Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ja, und zwar mag der ein oder andere mittlerweile bereits gemerkt haben, dass auf meinem Kanal momentan keine neuen Videos kommen. Das letzte wurde glaube ich vor 4 Tagen hochgeladen. Ja gut, das mag man sagen, das kommt ja öfter mal auf deinem Kanal vor, das ist ja nichts Neues. Ja, das stimmt zwar, aber muss ich dazu sagen, wird es diesmal höchstwahrscheinlich erstmal so bleiben. Dass keine neuen Videos kommen. Warum? Ganz einfach. Der ein oder andere mag schon gemerkt haben, dass es hier gerade so ein anderes Panorama ist. Und zwar wohne ich momentan nicht zu Hause, sondern wohne bei meiner Mutter. Beziehungsweise, ja ich wohne zwar bei meiner Mutter, aber nicht bei meiner Mutter, sondern im Haus meiner Mutter. Denn meine Mutter, die ist momentan gerade im Krankenhaus, wegen einer Operation. Also es ist nichts Schlimmes, aber sie ist halt jetzt seit letztem Montag, dieses Video werde ich wahrscheinlich morgen hochladen. Morgen ist Donnerstag, also ja jetzt seit Montag im Krankenhaus und wird dort 2-2,5 Wochen bleiben. Und ich bin in der Zeit hier und kümmere mich so ein bisschen um die Wohnung und auch um den Hund, der gerade wieder sonst wo rumrennt. Und werde aus diesem Grunde keine Videos hochladen können. Denn, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber ich rück mal ein Stück zur Seite. Ne, ich glaube, das kann man von der Lichtweite nicht sehen. Die Wohnung hier, sie ist ziemlich nah am... Ne, Uhr. Uhr. Ja. Danke, Uhr. Darf ich weitermachen? Schön. Diese Uhr, sie ist sehr nah des Waldes. Also, ja, meine Mutter wohnt am Waldrand, kann man sagen. Und dort ist das mit dem Internet noch nicht so ausgefeilt. Beziehungsweise, ich glaube, ich muss sogar sagen, das mit dem Internet ist hier komplett null. Meine Mutter hat zumindest kein Internet, denn sie braucht es einfach nicht. Wenn sie echt mal irgendwie was im Internet suchen möchte oder so, dann fragt sie meistens mich. Und deswegen kann ich hier mit dem Internet auch nicht viel machen. Bedeutet, ich kann hier wunderbar aufnehmen, weil ich kann hier rubschreien, wie ich will, hier hört mich kein Mensch. Wäre eigentlich richtig geil für Horrorspiele. Aber das nur nebenbei. Und ich kann hier auch wunderbar bearbeiten, aber ich kann hier nichts hochladen. Und das ist so das allergrößte Problem. Solange ich hier wohne, kann ich nichts hochladen. Soll heißen, die nächsten, ich würde mal sagen, noch eineinhalb Wochen werdet ihr kein neues Video bekommen. Ich könnte zwar die Videos hier auf einem USB-Stick mit zu mir nach Hause nehmen und sie dort hochladen. Das einzige Problem, zum einen, ich wohne relativ weit weg von der Wohnung hier. Und zum anderen, da mein Internet zu Hause auch nicht das allerbeste ist, dauert das Hochladen so, wenn ich gute Qualität haben will, meistens so 2-3 Stunden. Bedeutet, dass mir das momentan einfach nicht möglich ist und es deswegen die nächsten ein bis eineinhalb Wochen keine Videos geben wird. Danach wird es natürlich wie gewohnt weitergehen. Also, wenn ich dann wieder zu Hause bin, werde ich genauso kontinuierlich wie jetzt, also so alle 5 Tage ein Video hochladen. Ne, ich werde mich bemühen dann wieder, auf jeden Fall kontinuierlicher Videos hochzuladen. So alle 2 Tage, wie ich es hier eigentlich vorhabe. Nur halt in der Zeit bis dahin wird es keine neuen Videos geben. Und das wollte ich euch nur eben mitteilen. Also nicht, dass ihr denkt, keine Ahnung, hier, Micky, der... Ach, Uhr, ernsthaft? Ich hasse diese Uhr. Ja, danke. Also, was wollte ich gerade sagen? Ja, nicht, dass ihr denkt, hier, äh, der Micky, der hat jetzt ein neues Hobby gefunden. Er macht keine Let's Play Videos mehr. Er strickt jetzt Pullover oder bemalt Tontassen. Wobei, wenn man kein Internet hat, dann wäre das durchaus eine Alternative. Nein, also auf jeden Fall, damit ihr wisst, warum keine Videos kommen. Und, äh, dass ihr auch wisst, dass es danach wieder genauso kommt. Ja, da hat sich doch genau an dieser Stelle der Akku verabschiedet. Ja, ich musste die Kamera nochmal wieder aufladen. Aber es wurde ohnehin als im Video gesagt. Vielleicht noch abschließend. Das nächste Video wird es höchstwahrscheinlich dann in... Habe ich das jetzt schon gesagt oder nicht? Egal, ich sag's einfach nochmal. Das nächste Video wird es wahrscheinlich entweder in einer Woche oder in eineinhalb Wochen geben. Und sonst, denke ich, ist alles erwähnt worden. Es könnte sein, wenn ich es irgendwie schaffe, weil ich bin gelegentlich doch nochmal zu Hause. Allein, weil ich Post abholen muss oder allein schon gucken muss, ob mir jemand auf einem Anrufsbeantworter gesprochen hat. Also, ich bin gelegentlich mal zu Hause. Dass ich es vielleicht schaffe, ein Video hochzuladen. Ich will es nicht versprechen, aber sehr viel mehr dürfte dann auch nicht kommen. Gut. Ich denke, es wurde alles gesagt. Und dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Adieu und ich bin weg.